Liebe Leute, nach einer längeren Pause seit dem 2014, als wir unsere EPUs geben, sind wir im Dezember endlich im Studio gewesen und haben unsere Single aufgenommen. Presentext ist bereit, Fotos sind bereit, die Promo ist bereit für die Single den Radiostationen zu schicken. Aber etwas Wichtiges fehlt mir noch, und zwar, wir würden sehr sehr gerne mal einen Videoclip machen. Und genau wegen diesem Videoclip brauchen wir eure Unterstützung. Wir haben bereits 2'500 Franken zusammen, aber es fehlen uns immer noch 4'000 Franken für das Videoclip zu finanzieren. Wir starten darum eine We Make It Kampagne, in der Hoffnung, dass ihr uns auch unterstützt. Es gibt natürlich verschiedene Belohnungen, wie zum Beispiel ein Nils-Burri-Bier, oder ihr schickt mehr an einem Geburtstagsfest als Überraschung, oder ich komme mit einem Netzvieren mit der Gitarre vorbei und spiele euch den Song, die neue Single höchstpersönlich vor. Ihr könnt mit eurer Spende Belohnungen kaufen, und so unser Videoclip helfen mit zu finanzieren. Natürlich sind wir auch froh, wenn ihr das weiter sagt, wenn ihr das weiter teilt auf euren sozialen Kanälen. Wir sagen jetzt schon vielen Dank für eure Unterstützung und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen! ...